Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Command & Conquer hier bei Heisenberg Zockt. So, wir haben die feindliche Basis hier und jetzt muss ich mal schnell gucken, wo sind wir stehen geblieben? Hier oben. Ja, mit einer ganzen Armada an Mammutpanzern. Gut, die bewachen einerseits natürlich jetzt hier unseren Sammler, andererseits könnten wir hier nicht schon mal reingehen? Was hält mich davon ab, hier rein zu gehen? Ich weiß es gar nicht. Wir könnten von hier hinten mal noch kommen und gucken, weil die haben wieder diese Türme. Ja, den würde ich natürlich auch nutzen. Da gab es aber noch einen Tipp, jagt doch den Ionwerfer auf die Sammler rauf. Das könnte man natürlich auch machen. Dann können sie keine Panzer bauen, wenn sie eben entsprechend Sammler bauen müssen. Ich hau den aber mal hier hin, weil die gehen mir fast am meisten auf den Zeiger hier. Moment, da müssen wir hier noch klicken. Okay, die sind down. Wir werden verfolgt. Ich würde sagen, wir greifen mal an und gehen wirklich in Richtung Basis. Hier haben wir nochmal zwei. Ihr geht mal von hier her, kommt. Mal da angreifen. So, wir restieren das jetzt halt einfach. Jawohl, Sam. Jawohl, Sam. Jawohl, Sam. Recher auf. So, den Sammler brauchen wir nicht. Der soll sammeln. Jawohl, Sam. Jawohl, Sam. Ja, die sollten also hier keine Chance haben. Nicht gegen diese... Wir benötigen Silos. ...gesammelte Armada. Äh, wir benötigen Panzer. Jawohl, Sam. In Ordnung. Naja, die sind eigentlich autonom unterwegs. Also sprich, die werden nicht nur so gefliegen. Das hat jetzt schon mal geklappt. Was haben wir hier hinten? Den Eingang. Gehen wir hier lang. Recher auf. Recher auf. Jawohl. Konstruktion fertig. Wird gebaut. So, dann hier hin. Und wir düsen jetzt mal hier rein. Wir schnappen Sammler, zerstören. Da kommen hier wahrscheinlich so so oder welche, falls noch welche unterwegs sind. Uh, ja, da kommen welche tatsächlich. Haben wir noch irgendwas in der Infanterie? Ich bräuchte eigentlich noch, äh... Jawohl, Sam. Ja, so ein bisschen verlegen. Jawohl, Sam. Konstruktion fertig. Jawohl, Sam. Wird gebaut. So, hier runter. Wir greifen an. Oh, Town Park. Jawohl, Sam. Irgendwann plant. In Ordnung. Bestätigt. Wo gehen die eigentlich alle hin? Ach, die laufen uns jetzt hier hinterher. Ja, ja, könnt ihr ja auch machen. So, gegen die Mammuts haben wir, haben die so keine Chance. Es hätte ich was gesagt. Wir, glückseln wir ja im Gesinze, der Mammutpanzer. Düst hier rein. Mach das mal platt. Wie sieht's hier aus? Ja, das Teil könnte eigentlich in Ruhe lassen. Ich möchte gucken, ob hier sowas wie ein Hintereingang vorhanden ist. Jawohl, Sam. Jawohl, Sam. So, kann sein, dass wir jetzt zu früh hier rein sind. Einheit verloren. Ja, wegen diesen Rollen fliegen es dort. Einheit verloren. Aufruhe. Los, junges Grasteil, hier angreifen. Jawohl, Sam. Ne, das ist ja nicht falsch. Dann müssen wir jetzt hier haben. Und hoffen, dass wir nicht wieder bauen. Ja, mach mal hier nicht. Ich werde den Rest überfahren. Ne, ne, machen wir noch mal ein Traum. Wird gebaut. Jawohl, Sam. Jawohl, Sam. Jawohl, Sam. Äh, die können hier gar nichts machen, so wie es aussieht. Ich guck mal, ob ich hier unten... Ja, da komm ich zumindest hier rein. Ach, und der ist hier ganz alleine unterwegs? Ja, warum nicht? Da haben wir den Bauhof. Ähm, Kollege Ingenieur, kommst du irgendwie lebend hier runter? Jawohl, Sam. Ich stell den aber mal hier hin. Ähm, wo war der Bauhof? Da. Ja, die geht klar, Sir. Wird gebaut. Jawohl, Sam. Bestieh dich. Ja, das funktioniert tatsächlich trotzdem. Jawohl, jawohl, Sam. Die Dersi, die kriegen wir auf Platz. Jawohl, Sam. In Ordnung. Jawohl, Sam. Also erstmal die noch Platz machen, die wir es da von Platz machen haben, weil irgendwann der Dersi wahrscheinlich, ja genau, das ist nicht so. Jawohl, Sam. Teil, guck her, die Dersi, die Dersi, die Dersi werden wir wahrscheinlich verlieren. Jawohl, Sam. Das wird nicht reichen. Jawohl, Sam. Einheit der Dersi. Jawohl, Sam. Ja, das war unser Mal. Das macht aber nichts. Oh, wir haben ja noch ganz viele von denen. Jawohl, Sam. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Jawohl, Sam. Oh, wir haben nur Kler-Sprengkölfe. Kler-Sprengkölfe. Och, du grüne Neune, okay. Unsere Basis wird angegriffen. Heieiei, ich wusste gar nicht, dass wir sowas haben. Oh, ja, das war auch nicht. Energieniveau kritisch. Ja, ja, ich repariere gerade. Reparatur läuft. Wir müssen das Teilchen. Jawohl, Sam. Los, los, in Ordnung. Jawohl, Sam. Bestätigt. Jawohl, Sam. Geif mir das Teil hier noch an. Das hier ist irgendwie Käse. Oh, jetzt sieht es aber gar nicht mehr so gut aus. Ähm, habe ich mir zu leicht vorgestellt. Ich brauche... Ach, unsere Waffenfabrik ist flöten gegangen. Äh. So wie es aussieht, schlecht. Leider nicht möglich. Konstruktion im Gange. Aha, was konstruieren wir? Brauchen wir doch nicht ein Helipad. Wir brauchen die Waffenfabrik. Einheit verloren. Wo denn hier lief? Tatsächlich. Wir verlieren tatsächlich die ganzen Einheiten hier an dieses komische Teil hier. Wir müssen schnell hier runter. Wir müssen gucken, wo die tatsächlich hier ihre... Jawohl, Sam. Die haben immer noch genügend Strom, um das Teil hier zu betreiben. Allen Ernst. Einheit verloren. Los, los, los. Dankeschön. Jawohl, Sam. Jawohl, Sam. Jawohl, Sam. Jawohl, Sam. Oh, da steht das Teil schon wieder. Eieiei, die bauen wir nicht so schnell. Das sind wir gleich wieder kaputt. Jawohl, Sam. Da oben ist noch die Kaus, die muss auch weg. Jawohl, Sam. Jawohl, Sam. Verständigt. Konstruktion. Kattisch. Jawohl, Sam. Jawohl, Sam. Bauhof. Nee, Bauhof wollten wir ja einnehmen. Aber bis der Ingenieur hier ist, ich sage, was kann man schenken. Jawohl, Sam. 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 So, habe das dann in die Station. So fährt es nur noch gehen. Genau, ausverordnungserfahrungsgründen. Jawohl, Sam. Okay. Jawohl, Sam. Jawohl, Sam. Jawohl, Sam. Verstetigt. So langsam lässt es nach, was wir hier noch haben. Ich möchte den Bau weg abholen. Dann stellen sie die Tür mit vorgehen. Jawohl, Sam. Jawohl, Sam. Jawohl, Sam. Jawohl, Sam. Ja, das war schon wieder rum. Die haben tatsächlich, wo haben die denn Einheit verloren Wo zum Henker haben die denn Einheit verloren Oder wo haben die den Strom generell her Wir benötigen sie das So, aber der Bau ist weg Bauen können sie nicht mehr Das haben sie hinter sich Äh, hier oben Ne, wo haben die tatsächlich Allen Ernstes nochmal Strom Hier hinten, eins und teile Das reicht doch nicht, um das hier zu betreiben Ich weiss nicht Naja gut, wir müssen nochmal uns sammeln Ja genau, das kriegen wir glatt Nicht, dass sie wieder Geld kriegen Haben wir, äh, die Waffenfabrik wieder Jawoll Äh, wohin mit dir? Neue Bauoptionen Wird gebaut Ich weiss auch nicht, wo sie tatsächlich Hier, äh Geht doch weg Habe ich dem das gesagt? Ich glaube nicht Die haben hier natürlich noch Geldreserven Mit den Teilen Wo sind meine anderen Panzer? Die sind hier Geht mal hier rauf Greift mal das Teil an Jawohl Hier unten ist natürlich noch was Das müssen wir mal Breche auf Ah, hier unten ist noch Strom Guckt euch das mal an Sowas Fieses Jawohl Warum bauen die denn noch? Ach, das war gar nicht der Bauhof Den ich noch Ich hab den Bauhof gekappt Come on War das kein Bauhof? Bestätigt Mach das weg Jawohl Konstruktion fertig Jawohl Wird gebaut Jawohl Geht mal hier runter Weil ich möchte nicht dem hier zu nahe kommen Breche auf Bestätigt Bestätigt Ja, erstmal die Bauer wegmachen Sehr gut Jawohl Bestens Jawohl Der haben wir noch mal Verlegen Der kommt mal nicht Und greift mal hier an Jawohl Ich muss das hier außer Betrieb kriegen Das ist im Prinzip wirklich Der Hauptschluss Den wir jetzt haben Jawohl Breche auf Jetzt müssen wir mal gucken Ob das schon reicht Breche auf Mach das noch schlurt Bestätigt Jawohl Mit einem Strom Mit einem Strom Gehen reicht dann doch nicht Wird gebaut Jawohl Bestätigt Da haben wir alles wegmachen Okay, dann können wir hier aber auch rein Wir greifen das Teil an Und dann können wir langsam aufräumen Jawohl Schau an Jetzt kriegen wir das da noch gewuckt Jawohl Bestätigt Bestätigt Genau, das war das Nuklearspringkopf Im Anflug Wo ist das doch wieder? Unsere Basis wird wieder Jawohl Einheit verloren Wo bauen die denn? Mit was? Was ist das hier der Bau? Jawohl Bestätig Kann das noch nicht machen? Jawohl Einheit verloren Die machen uns hier tatsächlich Sachen im Teil Jawohl Konstruktion fertig Wird gebaut Einheit verloren Da unten ist nochmals am Teil Jawohl Bestätigt Das kann sein, dass das jetzt wirklich alle Part verkostet Die wir haben Bestätigt Jawohl Einheit verloren Jawohl Einheit verloren In Ordnung Jawohl Junenberg war abschussbereit Einheit verloren So, weiter hier rauf Gelbmittel unzureichend Oh, es Ich hab's mir abgedrückt Ein bisschen unterschätzt Offensichtlich das Ganze Bestätigt Jawohl Jawohl Kein Problem Aber wo ist denn der Bauhof? Ist das hier der Bauhof von denen? Feindliches Gebäude Das müsste doch dieser Ionen dienen sein Weil die dürfen eigentlich nicht nur bauen können Jetzt haben wir das Platz Sehr gut Jawohl Einheit verloren Ja, das war noch Infanterie Das können wir Da bauen sie schon wieder Bestätigt Jawohl Wir müssen den Strom immer noch weg haben Also Äh, fahrt ihr auch? Jawohl, ihr fahrt Wo fahrt ihr denn? Hier fahrt Jawohl Ja, wir greifen mal hier an Ja, wir greifen mal hier an Jawohl 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 Infanterie ist echt jetzt. Infanterie mit Maschinengewehren hat keine Chance. Solange sie nicht mit Feuer kommen, stört uns das alles nicht so. Ich würde sagen, wir gehen mal aufräumen. Ja, wir bauen, wir bauen. Wir haben das Geld. Habe ich den echt nicht überfahren? Come on. Kann der doch die Mammutstür? Jetzt haben wir noch nicht. Mit Raketen geht es auch. Ja, wir müssen jetzt im Prinzip die Reste beseitigen. Das könnten wir eigentlich mit denen hier auch noch machen. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Das ist eine Sprache. Gut, machen wir den hier weg. Dann haben wir hier oben noch die Silos. Das könnte man alles natürlich wieder einnehmen. Aber ja, wozu? Oh, hier, Bauhofkollege. Ringen reparieren. Da kam ja nochmal eine Rakete. Greif du mal hier an. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. So, jetzt steht hier wieder so ein Teil. Echt jetzt? Jawohl, Sir. Bestätigt. Kaum abgerissen bzw. Jawohl, Sir. Abgebaut von uns, sozusagen. Steht das Ding wieder. Ich brauche nochmal Mammut. Und nochmal, äh... Wo haben wir sie denn? Die Araxi wollte ich gerne. Ja, da müssen wir jetzt noch ein bisschen Geld haben. Und jetzt wird es natürlich langsam dann eng. Wir haben zwar sehr viele Sammler, aber so viel Tiberium haben wir nicht mehr. Hier unten wäre nochmal eine Flugfahrt. Ja, voll. Flugzeuge für Flugfahrt? Uh, tatsächlich. Die können Bomben. Das machen wir. Mal gucken, was das bewirkt. Also von der Stärke her. Da kümmern sie. Ich höre sie zumindest. Aha. Ja, doch. Wow, okay. Doch, das hat natürlich eine gewisse Durchschlagskraft. Macht hier mal noch Reste beseitigen. Ja, ja, macht nichts. Wir sind so gut wie durch. Wir sehen, wir haben hier noch was Rotes. Hier noch. Das müssen wir halt auch mal noch angreifen. Hier das Ding. Haben wir noch irgendwo einen Panzer, der gerade irgendwie rumsteht und nichts zu tun hat? Hier oben ist was? Ne, da ist nichts. Ja, ihr macht da erstmal das weg. In Ordnung. Wir brauchen dafür eigentlich nicht alle 4. Hier ist noch einer. In Ordnung. Fahren sie mal hier lang. Bestätigt. Bestätigt. Dann kommen wir wahrscheinlich sowieso auf den 4. Bestätigt. Ja, jetzt wird noch mal ein Sperium gehört. Jawohl. Wie gesagt, das könnte man auch alles mit Ingenieuren machen. Jawohl. Aber wenn wir die Mission sowieso gleich haben, dann ist natürlich die Frage zu der Aufwand. Der Aufwand. Machen wir hier rauf. Das hat tatsächlich auch schon gereicht. Jawohl. Jawohl. Das war auch ein Teil der gegnerischen Basis, aber das ist doch egal. Ja. Ja. Jawohl, Sir. So. Dann sollten wir uns noch das hier. Haben sie sich das richtig? Ich hoffe mal. Hier bitte reparieren. Nicht dass uns das dann auch noch zurückgeht. Da rennt auch noch so ein Kollege rum. Da waren wir doch glatt noch mal kurz. Konstruktion fertig. Pum, pum, pum. Er haut wieder ab. Er hat gemerkt, dass wir Nachschub bekommen. So, den müssen wir auch noch holen. Und dann sollten wir es haben. Ne, hier unten ist ja noch was. Ah, das habe ich jetzt vergessen. Wo sind meine Panzerchen? Jawohl, Sir. Hau das weg. Bestätigt. In Ordnung. Ja, der hat auch keine Chance, der arme Kerl. Schatatatam. Batz. Okay. Und hier unten. Jedenfalls Batz. Und dann sollten wir die Mission eigentlich geschafft haben, würde ich behaupten. Jetzt haben wir die auch noch. Wir ziehen die auch noch runter. Wobei, bis die unten sind, haben die das wahrscheinlich schädigt, beziehungsweise vernichtet das Teil. Naja, das reicht. Und dem reicht. Ach, echt jetzt? Hä? Aber wo haben denn die einen Bauhof? Ich glaube, ich habe irgendwas. Wir benötigen sie los. Moment. Das gibt es doch nicht. Irgendwo ist noch was. Äh, machen wir nochmal ein paar Mammuts. Jawohl, Sir. Wir müssen hier hin. Wir müssen hier hin. In diesem Bereich steht da allen Ernstes noch Zeug von denen? Jawohl, Sir. Weil so aus dem Nix bauen, das ist selbst gut genug schwierig. Jawohl, Sir. Das ist natürlich sicher für uns, wenn ihr das Zeug erpreisen und die das gleich wieder hinstellen. Ja, ist noch nicht durch. Ich sehe aber hier nichts Rotes mehr, also muss hier noch was sein. Ich hoffe nicht nochmal irgendwie eine Killer-Basis. Ja, aber wir sind gerüstet. Jetzt haben wir gerade nochmal ein paar Mammuts in Auftrag gegeben. Jawohl, Sir. In Ordnung. Geht mal da runter. Jawohl, Sir. Geht mal irgendwie hier hin. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Breche auf. Flugzeuge verfügbar. Ja, die können wir noch nutzen, die Flugzeuge. Wenn hier hinten noch irgendwas ist, dann schicken wir nochmal die Flugzeuge. Aha. Ach, guck mal, wie fies ist das denn? Jawohl, Sir. Bestätigt. Einheit verloren. Tatsächlich für hinten auch nochmal was. Und zwar nochmal hier ein Heaps. Strom. Strom für diese blöden Türmen. Alles klar. Breche auf. Jawohl. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Was ist jetzt der Bauhof? Was habe ich denn vorher da noch aufgenommen? Deswegen konnten sie die ganze Zeit nicht bauen. Jawohl, Sir. Bestätigt. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jetzt müssen wir hier aber tatsächlich das letzte haben. Jawohl, Sir. Reche auf. Ich bin aufgehoben. Verwagts und. Verwagts und. Da ist nochmal. Jetzt haben sie dort wieder was hingestellt. Die machen mich wahnsinnig. Hier haben wir nichts mehr Rotes. Ja, tatsächlich steht hier wieder so ein Teil. Flugzeug. Sie wählen. So. Okay, machen wir das mit Luftangriff. Weil nachher ist hier tatsächlich Ruhe so, wie es aussieht. Da kommen sie angeschossen. Na. Reicht? Jawohl. Ne, es reicht. Doch, es reicht. Einsatzziel erreicht. He. Cool. Coole Mission gewesen. Sehr schön. Ich, es hat uns schwer. Sie haben den Tempel in Schutt und Asche gelegt. Wir müssen hier raus, bevor. Sir, wir hatten erhebliche Verluste oben. Die Gebäude wurden beschädigt. Der Feind konnte eindringen. Ich schätze, GDI wird sich in circa 20 Minuten den Zugang zu dieser Kommandostelle erkämpft haben. Ich schätze, GDI wird sich in circa 20 Minuten den Zugang zu dieser Kommandostelle erkämpft haben. Ohlala, da kam was runter. Ja, äh, wahrscheinlich wieder Effizienz Null, genau. He, war zu kompliziert gemacht. Ist aber auch echt egal. So, wir setzen fröhlich fort. Gibt's noch was? Offizielle UN-Stellen bestätigten vor wenigen Stunden, dass Sturmtruppen der globalen Defensivinitiative am Nachmittag das Hauptquartier der Bruderschaft von Nord bei Sarajevo erfolgreich angegriffen und zerstört haben. Damit endet eine dreitägige Belagerung, in der sich die Truppen von GDI und Nord erbitterte Gefechte geliefert hatten. Augenzeugen und Überlebende berichten übereinstimmend, dass die Kampfverbände etwa gleich stark gewesen seien. Doch die GDI-Führung habe überlegene Taktiken und Strategien angewandt und Nord ausmanövriert in einer, Zitat, epischen Schlacht. In einer am frühen Abend herausgegebenen Verlautbarung bezeichnet der UN-Verteidigungssekretär Dr. Charles Olivetti die Männer und Frauen der von der UN finanzierten GDI-Truppen als, Zitat, unvergessene Helden der Menschheitsgeschichte und unermüdliche Verteidiger der Freiheit, Zitat Ende. Obwohl Dr. Olivetti noch keine genauen Zahlen bekannt gab, bestätigte er doch, dass beide Seiten schwere Verluste zu verzeichnen hatten. Auch Cain, der selbsternannte Prophet und charismatische Anführer der Bruderschaft von Nod, gehört zu den Vermissten und ist vermutlich gefallen. Die Entdeckung und Vernichtung des Nod-Hauptquartiers setzt einen Schlusspunkt unter eine dreijährige Eskalation der Gewalt, die durch die internationalen Terroranschläge dieser Organisation... Ja, da haben wir es durch. Das ging jetzt aber rassig, heiliges bisschen. Ja gut, ähm, es ist ja Command & Concord, es hat riesen Spass gemacht, definitiv. Auch wenn sie mit ein paar Macken hatte, das habe ich ja schon gesagt, zumindest meine Version. Aber dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zu Red Alert über. Und das werden wir machen, entweder wirklich morgen schon, oder ich muss mal gucken, vielleicht auch erst mit einem Tag Pause danach dann, das wäre dann übermorgen. Gut, ja, dann hoffe ich hat euch ein bisschen gefallen und dann hoffe ich, wir sehen uns bei Red Alert wieder. Macht's gut, bis dann, Tschüss!